ja hallo leute herzlich willkommen heute geht es nicht um ein Spyderco aber es hat was mit Spyderco zu tun und zwar es geht um den Spyderco Messerständer das ist dieses kleine tolle Teil mit der Spyderco Emblemspinne drauf kann man es erkennen da ist es ja das ganze Ding ist aus Plexiglas also ja Plexiglas Kunststoff und das ist unheimlich leicht also ich weiß jetzt nicht wie schwer das ist aber es ist wirklich das liegt so gesehen gar nichts das perfekt um ich sag mal ein Messer in wie dahin so perfekt hinzustellen ist wahrscheinlich auch für ich weiß nicht ja Vitrinen Sammler gedacht und so wo ich habe meine Messer immer am Mann oder in der Schublade und ja das ist eigentlich ein relativ cooles Teil für wenig Geld also packt man so rein ups Vorführeffekt so ja und so steht das Messer dann also ja liegt mal näher ran so kommt das da rein hinten so und dann liegt das so auf also für Präsentationszwecke ganz cool ok das war es dann schon wieder mehrere Infos tue ich unten in die Beschreibungsbox danke fürs Zusehen und tschüss das war es dann schon wieder das war es dann schon wieder